Eine gut gepflegte 4-Zimmer-Hochpartei-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Eschborn. Das im Jahr 1963 erbaute Haus verfügt über vier Etagen. Das Objekt befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Zentralheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 85 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Hochpartei-Wohnung auf 1050 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017